Aufschlag Michel Lang, Grönwühl, ein Vorort von Würzburg, oder ein Ortsteil von Würzburg. Jetzt schlägt Tim Herrmann auf, nicht der, den wir Mitteltag hier kennen, den Brief war 1848 Erlangen und vorher Eskewes Erlangen. Der kommt aus einer anderen Ecke, heißt aber eben auch Tim Herrmann. So stark besetzt, dass der Heimler so in der ersten Ecke, wie er in den Hohen spielen muss? Ähm... Ja, ne, ne. Ja, ne, ne. Ah, ne. Klasse! Auf geht's. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.